Musik 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 Also, wir sind jetzt hier angekommen am Michigan International Speedway. Hinter uns wird schon kräftig geschraubt und gebastelt für Scrutineering. Ja, das sind keine richtigen Boxen. Wir haben mehr oder weniger einen Truck. Heute ist sowas. Registration. Dann Scrutineering Number. Heute eine Folge in Scrutineering Stadt. Und morgen kommen dann die ganze Zeit. Das ist alles am Tag für alle Teams. Musik 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 Wir sitzen jetzt gerade im ZNZ, wo wir mit Essen und die Banken haben. Was macht unser Auto? Unser Auto ist beim Scrutineering durch. Wir schauen jetzt auch, es hat funktioniert. Wir sind leise genug. Es hat lang genug gedauert. Und jetzt ist es dann, wir vorbereiten für den Skrutineering. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 We're from Saginaw Valley State University at Cardinal Formula Racing And our message to Austria We just want to thank Austria for coming out and visiting us We value their support and we hope that we can help them in every way we can See you again next year And next time, drink some kangaroo meat, man! My name is Adrian Alero from University of Illinois at Urbana-Champaign And I wish you guys a good luck this year at competition and have a great season! I'm Nick and he's Ed from University of Illinois Good luck this year! Your car looks awesome! Hello! Ich bin David, ich arbeite bei der ZDF in Nordamerika Und bin Personalverantwortliche oder bin verantwortlich für das Personalmarketing in den USA Und hab das Ganze hier organisiert! Ich bin froh, dass die TU Graz hier vorbeigekommen ist mit ihrem Rennteam und uns beim ZDF-Stand besucht haben! Von daher viel Glück noch und Grüße aus Wischingen!